Tag auch, it's contest time. Das ist echt der Wahre. Wie geil ist das denn, bitte? Ja, so, Video antwortet. Was müsst ihr tun? Ja, ähm, und ich möchte von euch, dass ihr, ähm, auf dem Ort reinfällt. Das soll, äh, mich erfreuen. Wie geil ist das denn, bitte? Das möchte ich als Video antworten. Was soll ich so einstellen? Und, ja, es soll, äh, mich erfreuen. Wie geil ist das denn? Zum Christmas Shopping? Ich liebe es nicht. Ich finde es fantastisch. Aber ist das geil, oder ist das geil? Das ist so geil. Das ist so geil. Zum Christmas Shopping? Ich liebe es nicht. Ich finde es fantastisch. Aber ist das geil? Was ist geil? Was ist geil? Was erwartet? Ganz das Hint. Man sollte auch sehen, dass wirklich Öl dahinter steckt. Man sollte mal gucken, wenn eine ganz, ganz, ganz voll gefällt. Auch speziell nur für euch. Man sollte auch sehen, dass wirklich Öl dahinter steckt. Man sollte mal gucken, wenn eine ganz, ganz voll gefällt. Ganz das Hint. Danke an den Einzelnen von euch für die Kommentare, für die, äh, Nachrichten, die Däumchen, für einfach alles, was ihr hier so zurückgeht. Zum Christmas Shopping? Ich liebe es nicht. Ich finde es fantastisch. Aber ist das geil, oder ist das geil? Zum Christmas Shopping? Ich liebe es nicht. Ich finde es fantastisch. Aber ist das geil, oder ist das geil? Das ist geil. Zum Christmas Shopping? Ich liebe es nicht. Ich finde es fantastisch. Aber ist das geil, oder ist das geil? Das ist geil. Das ist geil. Zum Christmas Shopping? Ich liebe es nicht. Ich finde es fantastisch. Aber ist das geil, oder ist das geil? Sehr wahnsinnig. Und nun werde ich, äh, was essen. Und dann bin ich